Hallihallo und herzlich willkommen wieder bei mir hier bei den Hempel, na, na, wie geht es euch in meiner kleinen Clash, ich bin gerade von der Arbeit gekommen und das erste was ich natürlich da tue ist am Rechner gehen, ein bisschen zocken, ne, so, ein bisschen zocken, oh, mein König ist gerade fertig geworden, das ist sehr schön, ich wurde nämlich angegriffen, da habe ich vorhin schon, äh, ja, angeguckt, er hat mir ja auch ganz schön was abgezogen, der Sausack, vielleicht können wir uns auch gleich rächen, mal gucken, lohnt sich das, ach, ja, es ist ja nicht schlecht, ne, so kann man ja gleich damit mal anfangen hier mit, äh, mit einem Video, ne, gleich mal ein abziehen, ne, ich hoffe es funktioniert auch, weil jetzt hätte ich mal sehen sollen, was ich noch in der Clanburg hab, ah, ist egal, ich ziehe den jetzt einfach ab, So machen wir das, ich werde von hier reinkommen, wenn ich das so machen, Ja, aber die sind auch schnell weg, ah, so, geht doch, Das ist mal hier, zack, Packers, Packers, Wachen hier, Mal gucken, wie das aussieht hier, ach, du Scheiße, Werde ich jetzt auch fassen sollen, gleich zwei Packers tot, das ist, das ist scheiße, was ist, sowas ist kack, ne, Man, der Angriff sieht auch wieder kack aus, so wie die Hemphel, da war der, Mann, Muss man auch besser angehen können, ne, Lechtige Geräusche, ja, der Leckerste, der Dorf geht, Mann, nur los, ich könnte mich wieder aufregen, Das läuft wieder gar nicht so nach Plan, Egal, ein bisschen hab ich ihm was abgezogen, Einen stehen, Wird ich, Ich will jemanden stehen kriegen, was ist hier los, Was ist hier los, das ist doch zum Kotzen, Oh, Mann, ey, Da hat man Feierabend, kommt nach Hause und macht erstmal einen richtig schön beschissenen Angriff, Ist das peinlich hier, Zu toll, Er zieht mich hier schön ab, weißt, ist das zum Kotzen, ne, ich könnte schon wieder, Ich könnte schon wieder ausrüsten, Naja, So, er hat mir schon mal einen scheiß Angriff gemacht, Kann man jetzt auch nicht mehr rückgängig machen, Ein paar Pokale verloren, Und nicht mal, Nicht mal hier Stellenbonus aufgefrischt, Apropos wie Stellenbonus, Ich hatte Probleme die letzten Tage gehabt, Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Und zwar, Hatte ich hier, unten, Bei dem Sternbonus, Da waren die Felder, Alle frei, Also ich konnte wieder Sternbonus holen, Diese Sternsymbole waren da, Aber ich hab Sterne auch bekommen, Also ich hab da einen platt gemacht, Hab zwei Sterne gekriegt, Oder hab noch einen platt gemacht, Hab einen Sterne gekriegt, Und noch einen platt gemacht, Drei Sterne, wie auch immer, Und, aber die wurden mir hier nicht gut geschrieben, Ja, Alles, was ich hatte, Nachdem ich einen fertig gemacht hab, Waren immer noch diese fünf leeren Sternfelder, Und das kann ja wohl nicht sein, ne, Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal hattet, Da hab ich auch sofort den Zapwort angeschrieben, Weil ich, Das, äh, Weiß nicht, Das hat mich geärgert, Da holt man sich Sterne, Und, Bekommt ihr nicht gut geschrieben, Ich weiß nicht, was das soll, Hab ich den Zapwort geschrieben, Dann kam erst so ne komische Standardantwort zurück, Von wegen, Ja, Nach 24 Stunden ist es erst, äh, Alles wieder frei, Mit den Sterne-Bonus, Ich hoffe, sie haben das beachtet, Und hier und da, So, Hab ich hier gleich nochmal hingeschrieben, Äh, Dass ich das beachtet hab, Und, Dass es nicht sein kann, Dass die Felder da frei sind, Die Zeit abgelaufen ist, Die man abwarten muss, Und, ja, Man trotzdem keinen Sterne-Bonus kriegt, Naja, Und dann haben sie gesagt, Hier, Screenshot schicken, Und, Was weiß ich, Bis dahin war aber das Problem wieder weg, Also, Ich hab drei Kämpfe gemacht, Da hab ich nichts gut geschrieben bekommen, Und nach dem vierten Kampf, Äh, Das war auch übrigens der Kampf, Wo ich jetzt hier diese drei Sterne wieder hab, Da hab ich dann, äh, Auch mal wieder Sterne dazu bekommen, Und hab denen geschrieben, Okay, jetzt ist wieder alles bestens, Aber, Ja, Dass die mal am Ball bleiben sollten, ne, Wegen dem, Wegen diesem Bug, Wegen diesem Fehler, Also, Das war auf jeden Fall unnormal, Das, Ist nicht, äh, So gewollt, Denk ich mal, Keine Ahnung, Ja, War ja schon mal wieder, Schön beschissener Start hier, Das ist ja richtig peinlich, Da mag ich eigentlich ja keine, Dieses Let's Play mag ich ja gar nicht ins Nitz stellen, Aber auch, äh, Äh, Sowas muss man reinstellen, Weil, Man kann nun mal nicht perfekt sein, ne, Jeder macht mal einen Fail-Angriff, Hoffe ich doch, Dass es jeder mal macht, Weil, Wenn das nur mir passiert, Denn, ja, Dann ist es peinlich, So eine Scheiße, Ich kann mich aufregen, Man, ey, Ne, Ihr habt zwar ein bisschen Loot gekriegt, Aber, Sogar noch weniger, Als er mir abgezogen hat, Nicht mal dunkles, Ist das, Ne, Ist das scheiße, Können wir aufregen, Na, Na, Was soll's, Leute, Ich hoffe, Ihr guckt euch mal, Das andere Video an, Was ich auch reingestellt habe, Hier, Die Community Base, Weil, Ich bin, Ich bin sehr gespannt darauf, Was daraus wird, Das, Ich will nämlich hier meine, Meine Kriegsbasis, Fertig bekommen hier, Aber es geht nur mit eurer Hilfe, Also, Guckt euch mal das Video an, Da wäre ich euch sehr dankbar für, So, Und wie sieht, Äh, Wie sieht's, Weiterhin in Zukunft bei mir aus, Ich hab heute meinen Clan mitgeteilt, Dass ich nicht mehr lange in diesem Clan bleiben werde, Ich hab nämlich vor, Entweder, Ich suche einen neuen Clan, Ich bin jetzt mittlerweile, Seit, Eineinhalb Jahre in diesem Clan hier, Also, Schon fast von Anfang an, Seit dem Spielspiel, Bin ich in diesem Clan, Oder, Zwei Jahre später schon, Ich weiß nicht genau, Und, Ja, Jetzt, Ich weiß nicht, Die Lumpis heißen wir, Aber es wird Zeit, Mal, Ja, Weiterzuziehen, Hab ich mir gedacht, Obwohl wir gar nicht so schlecht sind, Also, Ja, Die Kriege könnten besser sein, Aber sonst, So geht's eigentlich, Ne, Also, Kann man nicht meckern, Von den Leuten her, Das sind auch ein paar Leute, Die ich privat kenne, Aber, Ich hab mir vorgenommen, In Zukunft, Entweder einen neuen Clan suchen, Oder, Jetzt kommt's, Oder, Ich mach meinen eigenen Clan auf, Nachteil, Der ist in der SP der Level 1, Das ist alles scheiße, Hätt sogar auch schon einen Namen, Den will ich jetzt euch noch nicht sagen, Den gibt's nämlich auch noch nicht, Ich hab, Den schon mal gesucht, Und ihn nicht gefunden, Finde ich sehr gut, Also, Ich hätt sogar einen guten Namen, Finde ich persönlich, Den, Noch kein anderer hat, Und, Ja, Mal sehen, Entweder ich mach meinen eigenen Clan auf, Oder, Ich geh in einen anderen Clan rein, Ich weiß es noch nicht, Also, Noch bin ich bei den Lumpis, Aber, Ich hab denen gesagt, So, In ein paar Tagen, Oder vielleicht in ein paar Wochen, Werde ich dann mal rausgehen, Das entscheide ich spontan, Ja, Und dann werde ich weitersehen, Ne, Ja, Schade, Dass ich den, Typen da nicht abziehen konnte, Hätt jetzt noch ein bisschen mehr Loot gehabt, Vielleicht hätte ich dann, Irgendwas noch mit anfangen können, Aber ich glaube nicht, Ja, Gestern habe ich es auch geschafft, Sieben Mittel zusammen zu sparen, Und so, Würd ich meinen, Hier, Mein X-Bogen auf Level 3 kriegen, Endlich, X-Bogen auf Level 3, Hauptsache, Das dauert zwei Wochen, Ist das zum Kotzen, Es sei denn, Ich gebe Gems aus, Aber, Davon habe ich kein Geld, Ne, Da will ich kein Geld investieren, Das ist ein Spiel, Was ich gerade spielen kann, Also werde ich das auch tun, So sehe ich das auch, Na, So, Liebe Leute, Ich würde sagen, Das reicht erstmal hier, Für diesen Let's Play, Dieses Let's Play, Diesen Let's Play, Egal, Ihr wisst, Was ich meine, Ja, Ich hoffe, Es hat euch wieder gefallen, Und, Gebt Daumen hoch, Oder schreibt irgendwas in die Kommentare, Was euch einfällt, Beleidigt mich, Wie auch immer, Abonniert mich, Abonniert mich und beleidigt mich, Bin ich auch zufrieden mit, Und, Ja, Bis zum nächsten Mal, Würde ich sagen, Ne, Und, Tschüss, Bis zum nächsten Mal, Bis zum nächsten Mal, Vielen Dank.